Dann sahst du einen Spieler, der richtig aus dem Sattel ging und dann fiel mir so ein. Von Philipp habe ich mich auch schon entschuldigt, auch bei der Mannschaft. Das rübelt heute auf mich, das nimmt mich auch komplett auf meine Kappe. Da muss ich besser beherrschen. Das kann nicht passieren, deswegen habe ich da auch die Mannschaft im Stich gelassen. Sind das alles nur Ausnahmen oder ist Sané ein Rüpel? Am Tag davor habe ich Leverkusen gesehen. Da dachte ich, welcher Spieler bei Leverkusen würde auf eine taktische Änderung des Trainers so reagieren.